So, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von, ihr wisst schon was, aber ich weiß nicht was, natürlich hier zu Minecraft, zurück zum Anfang, zu dem Anfang, wie hatte ich das gleich genannt, ich weiß es gar nicht mehr, ey, bin ich bescheuert im Kopf, so, ähm, was steht denn heute an, ich weiß es selber nicht, nein, nein, nicht zwei, so, das war's ja schon, oh, aber wir haben einen Haufen Eichensitzlinge, oh, ist das geil, oh, Orgasmus, oh, 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 oh mehr hühnchen ich bin vom Teufel hier aber wir brauchen noch irgendwie einen Kief, wo wir die einfangen und hier ist es roh nur noch die Schafe noch einfangen wir wollten ja heute die Treppe machen heute war ja die Treppe dran die hier hochführen soll das mit was? wie? hier würde ich noch einen Rekon machen wollen irgendwie hier ist ein Zombie hier ist irgendwo Zombie das ist mir auch rüber was macht das Zombie hier drin? hallo Zombie Zombie nein 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 der will nicht raus meine Lebenspunkte du also es geht so nicht weiter hier es wird wieder nachts was machen wir? wir machen was irgendwas muss ich in die Treppe runter wir brauchen erstmal noch ein bisschen Holzkohle wahrscheinlich so ging jetzt jetzt was ach so hat drunter vielleicht eins wir legen uns erstmal hin und klitschen erstmal durch die Welt noch nicht jetzt habe ich aber auch die Uhr das ist mir jetzt erst auf eingefallen wir wollen Balkon machen das heißt wir brauchen Reichenholz wie machen wir die Treppe haben wir noch Stöckeln? ne wir haben keine Stöckeln mehr ähm nochmal eine Holzschaufel dürfte glaube ich für den Anfang reichen machen wir erstmal hier so das Holz hin natürlich wie immer das Holz ist bearbeitet damit es ja nicht schmilt das muss man natürlich auch noch hier weg so und das weg so Haus Music naja das lass mal ich weiß noch nie was ich hier anstelle ähm und dann kommt hier die Treppe runter hm mach ich so ne kleine wenn dann so mal gucken wo ich rauskomme für die schlauen Leute die wissen vielleicht was ich vor hab das ist wirklich ein riesen Eingang das gut ist ich befürchte zwar nicht aber wir können wir mal anders probieren ich habe jetzt mal mehr alte Videos von mir angeguckt ey Leute wir müssen eigentlich so vieles nachholen und so vieles nochmal anfangen oder machen oder ach das ist ja so wollen wir brauchen wie Steine wie Steine eine Steintreppe eine Hölztreppe eine Hölztreppe ich wäre fast wie eine Hölztreppe das ist mir zu nervig ähm das ist so scheiße so 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 äh achte das müsste für den Anfang mal reichen dann gucken wir mal Ah, nein, das ist falsch. Geht das überhaupt, wie ich das mache? Das geht nicht, wie ich das machen möchte. Geht das nicht mehr? Ist das rausgepatscht? Nein, so wie das. Was hebt sich denn hier ab? Das sieht scheiße aus. Das hier, das müsste wahrscheinlich Stein werden. Wir haben keinen Stein mehr. Hi, hab ich dich? Ja. So. Wir haben hier noch die Holzkohle. Die tun wir hier hin. Da können wir das schnell wegmachen. So. Ein. Das hier muss noch weg. Ganz schnell. Na, falsch. Falsch, Mann. Kotzbichterslandsemann hier. Hui. Ey, gibt's ja nie. So, Steine raus. Das ist, äh, krass, hier in uns rein. So. So. Noch mal weiter. Äh. So, so. 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 Wie muss das hier noch weg? Das ist, glaube ich, so mächtig, oder? Sieht scheiße aus. Sieht echt kacke aus. Äh. Nehmen wir mal eine Steintreppe. Dann machen wir mal eine Steintreppe eben. Mann, das sieht ja richtig kacke aus. Dann können wir vielleicht oben wieder das Holz machen. Oder ist das einfach zu viel Holz auf einmal? Dann können wir aber den Kellner ausbauen. Und anfangen auszubauen. Ähm. Den noch. Den noch. What? Was mit dir? Nice. So. Ähm. Machen wir hier den Berg weg. Da reicht das bis hierhin. Ähm. Da. Da. Den hier noch. Und hier so die ganze Hälfte. Das ist eine Aufgabe. Dann könnte man hier so einen Keller runtergehen. So ein Nebeneingang. Das finde ich persönlich richtig sexy. Da brauchen wir mal eine neue Schaufel. Und dann machen wir hier nochmal so einen kleinen Nebeneingang. Und dann machen wir hier nochmal so einen kleinen Nebeneingang in den Keller runter. Da. Da ist ja noch ein paar. Das ist das Kelle. Das ist das Kelle Wettel aus Ackstein. Also hier dieses Pückstern machen. Dann werde ich wahrscheinlich. Ich hab noch nie das Essen gekocht. So und eins würde ich noch sagen. So, dann machen wir hier... bauen wir uns jetzt in den Keller einfach rein. Das ist tief genug, dass ich jetzt nicht aus dem Berg rausgucke. Wir hätten natürlich auch noch was, so aus dem Berg raus zu gucken. Dann machen wir hier unten dann unser Kistenlager rein. Genau. Jetzt wird es schon geil. Ich hoffe es mal, dass es geil wird. Das ist Minecraft. Das kann nur geil werden. Dieses andere Siege heißt irgendwas müssen wir damit auch noch anfangen. So, haben wir noch ein paar Steine. Machen wir mal zwei Holzkohle rein. Drei, den Rest hier. Und blöd. Und da kratzen Holz machen wir uns schnell noch ein paar Sticky Sticks. Okay, das war dem ich überlegt, aber... Pfff, ja. Ciao. Vielleicht können wir auch den Boden mit diesem Androzyt-Zeug machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich weiß bloß, dass es hier langsam dunkel wird. Oh, wir haben doch... Aha, ich wusste, warum ich so viel Sticks gemacht habe. Wollen wir gleich zwei. Ich wusste doch, das ist doch alles geplant bei mir. Und irgendwie ist es doch... Nichts ist auch irgendwie geplant bei mir. Ich wusste, das hätte auch was, wenn wir hier... einen Rundweg und hier nach unten nochmal gehen. Also ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dann muss aber der Boden weg. Den... Weiß ich nicht. Lass mal hier noch weiter runter gehen. Joa, ich glaube... Also wie die Büter damals mit dem Lagersystem. dann... Plus vielleicht eine Nummer kleiner, aber... Es ist schön dunkel. Memories. So, wieder heil. Ähm... Mit den Nönerchen muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Wie sieht es nie aus? Ölstein... Ja, dann können wir schon mal testen. Ach, bin ich bescheuert. Äh... So... Äh... So... Neue Herceptive. Neue Herceptive. So, ähm... Ja. Was ist denn jetzt los? Wenn auch Falscher geht es dann langsam nicht mehr, das kann nicht mal langsam hier. Warum muss ich ihm so... Das Ding verflucht mich. Ich glaube das sieht auch majestätischer aus. So, bitte. Geht doch. Ich bin eh nicht gut im Brunnen. Das passt schon. Das war's. Das war's. Acht steinchen. Das war's mit diesem Podcast. Wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gib mir einen Daumen nach unten. Schreibt mir die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Tschau 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 tschau. Das war's. Das war's. Das war's.